Er ist bis über beide Ohren verliebt und hat ein Riesenproblem. Ich kann erst heiraten, wenn meine Schwester Liesl einen Mann hat. Doch eine Lösung ist schnell gefunden. Ich heirate die Liesl, lass mich so schnell wie möglich wieder von ihr scheiden und dann heirate ich die Gretel. Aber mit der Liesl ist nicht gut Kirschen essen. Jaja, die Liebe in Tirol. Auf das vierte. Happy Sunday. Happy Sunday.